Mit den AG OLED-TVs aus dem Jahr 2021 hat AG den Menüpunkt OLED-Pflege eingeführt. Und damals haben wir ja dazu ein separates Video hier auf meinem Kanal produziert, wo wir die einzelnen Menüpunkte durchgegangen sind, um zu schauen, ob das überhaupt etwas taugt, ob man da was einstellen sollte oder nicht. Und nun möchte ich dieses Sammelsurium an OLED-Pflege-Einstellungen mit euch aus der Sicht des Jahres 2023 nochmal betrachten und das Ganze quasi wiederholen, um zu schauen, ob man aus der Sicht von heute da gegebenenfalls andere Einstellungen vornehmen sollte als im Jahr 2021 und 2022. Ja, wenn euch das gefällt, dann gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben, lehnt euch zurück und ich lege los. Ja, das Video zur OLED-Pflege bzw. zu dem OLED-Pflege-Menü aus dem Jahr 2021 habe ich ja damals betrachtet aus der Sicht meiner persönlichen Bildeinstellungsvideos für den AG B1, C1 und G1. Und damals habe ich ja noch eine etwas andere Philosophie verfolgt, was meine persönlichen Bildeinstellungen angeht. Damals bin ich noch sehr darauf ausgegangen, möglichst das Panel zu schonen, die OLED-Panels an sich nicht so extrem auszufahren, so wie ich es zum Beispiel aus der heutigen Sicht mache. Und damals war es ja wirklich so, dass die OLED-Panels nicht diesen technischen Stand hatten, wie aus der Sicht von heute. In den letzten zwei Jahren hat sich ja enorm etwas verändert bei der OLED-Panel-Technik, vor allem auf Seiten der WRGB-OLED-TVs. Und dementsprechend ist dieses Video hier vielleicht auch so ein bisschen zu sehen als eine Art Korrektur des Videos von damals, aber das eher im kleineren geschrieben, denn ich möchte wirklich dieses Video jetzt hier so gestalten, dass wir uns das Ganze einfach nochmal anschauen, um zu schauen, ob AG gegebenenfalls hier in diesem Menü noch etwas verändert hat, um einfach auch zu gucken, ob man da gegebenenfalls etwas machen kann. Aber auf jeden Fall solltet ihr wissen, dass ich natürlich jetzt in diesem Video die ganzen Einstellungen aus der Sicht der Bildeinstellungsvideo von heute betrachte. Dementsprechend, ich achte mehr darauf, ob man da gegebenenfalls mehr eine Normdarstellung bekommt als damals. Damals war das eher eine andere Thematik. Dementsprechend solltet ihr das jetzt auf jeden Fall wissen und jetzt steigen wir ein in das Thema OLED-Pflege der AG OLED-TVs. Okay, dann würde ich sagen, beginnen wir. Den Menüpunkt OLED-Pflege findet ihr auch bei AGs WebOS 23 unter dem Menüpunkt Allgemein OLED-Pflege. Und hier muss ich sagen, dass diese Übersetzung OLED-Pflege so ein bisschen kurios klingt aus der Sicht der deutschen Sprache. Ich würde es jetzt nicht unbedingt OLED-Pflege bezeichnen, sondern vielleicht eher OLED-Optimierung oder OLED-Pixel-Pflege vielleicht gegebenenfalls. Oder OLED-Pflege klingt so ein bisschen sehr verallgemeinert. Und auf jeden Fall, OLED-Pflege ist jetzt unsere Anlaufstelle und da gehen wir jetzt entsprechend rein. So, das mache ich ja eigentlich auch in meinen Bildeinstellungsvideos, aber jetzt hier in diesem Video, wie gesagt, möchte ich da etwas detaillierter darauf eingehen und noch etwas, das Ganze aus einer anderen Perspektive betrachten. So, und wenn wir jetzt in diesem Menüpunkt OLED-Pflege sind, haben wir hier drei Untermenüs. Einmal Einstellung der Bildschirmpflege. Das ist ja, wie gesagt, auch wieder eine kuriose Übersetzung. Damit habt ihr dann, und da gehen wir gleich nochmal tiefer drauf ein, habt ihr dann mehrere Bildmodi, die von AGs Seite aus vorgegeben sind, die das Panel entsprechend schonen sollen. Und da müsst ihr dann quasi nichts mehr irgendwie einstellen, dass ihr da irgendwie Angst haben müsst, ihr habt was falsch eingestellt und das Panel geht davon kaputt. Das ist aus der heutigen Sicht ja sowieso schon etwas eher, was man vernachlässigen kann. Aber, wie gesagt, das schauen wir uns dann gleich an. Dann Selbstpflege des Geräts, das ist dann, da habt ihr noch Untermenüs von Speicheroptimierung und so weiter, gehen wir auch gleich nochmal genauer ein. Und dann natürlich dann OLED-Panel-Pflege, was ich ja jetzt hier schon eher betrachten würde als Hauptmenüpunkt dieser gesamten Option hier. Aber, wie gesagt, da kommen wir gleich zu. Wir starten jetzt erstmal mit den Einstellungen der Bildschirmpflege. Wenn wir da reingehen, haben wir jetzt hier vier Auswahlmöglichkeiten. Einmal aus, Komfort-Modus, Kino-Modus und Kinderpflege-Modus. Es ist auch im Jahr 2023 wieder kurios, dass dieser Bild-Modus hier immer noch Kinderpflege-Modus heißt und nicht vielleicht einfach Kids-Mode oder Kindermodus. Gut, lassen wir jetzt einfach stehen. Kinderpflege-Modus, gehen wir gleich genauer drauf ein. Und das sind jetzt so drei Menüpunkte. Wenn ihr das aktiviert, geht der AG OLED-TV in sogenannten Panel-Schon-Modus mit einer entsprechenden Bildkurve, also dementsprechend einem Bildziel, was dann entsprechend angesteuert wird. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel in den Komfort-Modus geht, geht ihr jetzt eher in eine neutralere Darstellung der Farbtemperatur. Also nicht zu warm und nicht zu kalt, aber auch eher in eine Richtung von einer eher, ich sag mal, im Kontrast etwas überspitzten Darstellung. Gehen wir auch gleich nochmal genauer ein. Dann geht es in den Kino-Modus. Das ist dann ein OLED-Pflege-Modus, der jetzt hier eher in die Richtung von der genaueren Darstellung gehen soll. Zumindest wenn man das jetzt hier auf dem Bild so sieht, kann man das schon so ein bisschen ahnen. Es geht eher ein bisschen in die wärmere Darstellung. Und dann gibt es den sogenannten Kinderpflege-Modus, welcher sich jetzt hier so ein bisschen unterscheidet zum Komfort-Modus, welcher hier noch ein bisschen überstrahlter ist. Okay, aber schauen wir uns das Ganze jetzt nochmal im Detail an. Wenn wir uns jetzt den Aus-Modus anschauen, sehen wir jetzt hier meine persönliche Einstellung nach, quasi fast schon nach Norm, des Filmmaker-Modes. Und das ist so, wo ich sage, das ist jetzt so die perfekte Einstellung für einen abgedunkelten Raum. Wie ihr seht, ich habe jetzt hier eine Raumbeleuchtung an, was hier dann dementsprechend auch absichtlich war, um zu zeigen, dass halt natürlich eine Raumbeleuchtung bei diesen Bildeinstellungen schon kontraproduktiv ist. Für diese Bildeinstellungen, die ich da zeige, da wird das Bild dann doch relativ schnell sehr dunkel. Das soll ja dann entsprechend jetzt hier zum Beispiel so ein automatischer Bildmodus, Wiederkomfort, Kino- oder Kinderpflege-Modus dann entsprechend ausmerzen. Oder man stellt entsprechend mehr OLED-Pixel-Licht ein und dann hat man das Problem entsprechend auch gelöst. Aber dass ihr nochmal das entsprechend wisst, habe ich absichtlich so gemacht. So, wenn wir dann jetzt, wie gesagt, wechseln in den Komfort-Modus, dann sehen wir hier ziemlich deutlich, dass natürlich jetzt hier jegliche bildakkurate Darstellung zerstört wird, sondern wir gehen jetzt hier in eine sehr neutrale Darstellung. Das ist ungefähr das, bis auf dieses stark Überzeichnen der Kontrastbereiche, ungefähr das, was ich damals im Jahr 2021 auch präferiert habe an korrekten Bildeinstellungen, beziehungsweise meinen persönlichen Bildeinstellungen, die ich empfehle. Korrekt, aus der Sicht der Norm war es auf keinen Fall und das ist es natürlich auch heute nicht. Und das ist das, was LG hier natürlich auch verfolgt, eher so ein bisschen Komfort, eher so ein bisschen in die Richtung des gefälligen Auge, wo man sagt, ah, das gefällt mir lieber, es ist schön hell, es ist schön farbenfroh und irgendwie nicht zu gelblich oder zu gläulich im Bild. Das ist das, was LG jetzt hier mit diesem Komfort-Modus macht und da will LG natürlich dann auch entsprechend, was die Leuchtstärke angeht, etwas die Hand drüber haben, dass der Fernseher sich entsprechend nach Umgebungslicht an die Situation anpassen kann. Was wir hier auf jeden Fall ganz klar sehen im Vergleich zur Normendarstellung des Filmmaker-Mods meiner Seite aus, dass wir hier natürlich ein enormes Ausbrennen von Details in hellen Bildbereichen haben, also der Kontrast ist viel zu überzeichnet. Hier läuft auf jeden Fall ein Autokontrast und so weiter. Und dementsprechend ist das eigentlich auch aus der heutigen Sicht weniger zu empfehlen, wobei damals im Jahr 2021 der Komfort-Modus mehr zu empfehlen war, als aus der heutigen Sicht, wenn man es mal betrachtet, man möchte eine neutrale Farbtemperatur und so weiter haben. Das ist ja der Wahnsinn. Auf jeden Fall schauen wir uns nun den Kinomodus an. Und das im Vergleich zum Filmmaker-Mode ist der Kinomodus gar nicht mal so verkehrt. Er arbeitet jetzt hier auch mit einem automatischen dynamischen Kontrast, was man hier wieder sehr gut in den Hautbereichen sieht, in den hellen Bildbereichen. Wenn wir nochmal zum Filmmaker-Mode wechseln, da sieht man, okay, das ist alles etwas matter, was es ja auch sein soll. Wir haben hier ein SDR-Bild. Wir wollen keine starken Unterschiede zwischen hell und dunkel haben, sondern das muss alles schön einheitlich wirken. Das macht der Kinomodus jetzt hier in diesem Fall nicht. Das ist auch wieder so ein Ding. Natürlich wollen diese Modi in die Richtung der gefälligen Darstellung gehen. Aber so rein von der Bildabstimmung her muss ich jetzt hier bei meinem AG G3 sagen, ist der Kinomodus gar nicht mal so verkehrt. Man bekommt auch relativ viele Details in den dunklen Bildbereichen herausgearbeitet, wenn man eine Raumbeleuchtung hat. Für einen abgedunkelten Raum wäre der Kinomodus jetzt hier eher suboptimal. Da habt ihr wahrscheinlich dann auch eher ein bisschen mehr das Problem, dass sehr viele Details in den hellen Bildbereichen ausbrennen. Das sieht man jetzt wie gesagt hier auch jetzt in dem Wangenbereich des Schauspielers wieder stark. Hier sieht man die feinen Konturen noch und in dem Kinomodus werden sie schon überstrahlt, da hier wie gesagt ein automatisch dynamischer Kontrast arbeitet. Und das ist etwas kontraproduktiv für die Darstellung. Kommen wir jetzt zu dem nächsten Modus oder Pflegemodus und das ist der Kinderpflegemodus. Ja, der Kids-Mode würde ich sagen. Hier wird jetzt tatsächlich die Farbintensität heruntergeregelt. Das Panel wird etwas abgedunkelt und auch die Farbtemperatur geht tatsächlich etwas ins Kühlere. Wobei ich bei der kühleren Farbtemperatur persönlich und auch ein bisschen aus der fachlichen Sicht nicht ganz nachvollziehen kann, warum das jetzt für Kinder perfekt sein soll. Das ist für mich noch nicht so ganz ersichtlich, da eher eine kühle Darstellung mehr Blaulicht imitiert als eine wärmere Farbdarstellung. Was natürlich, wenn man so einigen wissenschaftlichen Arbeiten so Glauben schenken darf, etwas schädlicher fürs Auge ist. OLED-TVs imitieren aber deutlich weniger Blaulicht grundsätzlich als LCD-TVs. Daher kann man das jetzt erstmal als eingeklammert bezeichnen. Trotzdem irritiert mich das an dieser Stelle ein wenig, warum das jetzt genau für Kinder sein soll. Ich kann aber verstehen, dass jetzt hier natürlich vor allem die Farbintensität etwas runtergenommen wird. Bei schnellen Bildwechseln von zum Beispiel Cartoons oder Zeichentrickserien und so weiter kann es bei einer sehr knalligen Farbdarstellung vielleicht das eine oder andere Kinderauge etwas überanstrengen. Und da kann ich mir durchaus vorstellen, dass das in diese Richtung gehen soll. Korrekte Darstellung haben wir hier an dieser Stelle genauso wenig wie bei dem Komfortmodus. Wobei der Kinderpflegemodus tatsächlich, wenn man jetzt eher eine etwas kühlere Darstellung oder eine neutrale Farbdarstellung haben möchte und diese Modi nutzen will, vorausgesetzt der Kindermodus tatsächlich etwas besser ist als der Komfortmodus. Trotzdem muss ich sagen, an dieser Stelle, wenn man jetzt sagt, okay, man möchte jetzt keine eigenen Bildanstaltungen vornehmen, man möchte sich damit nicht auseinandersetzen, kann der Kinomodus hier durchaus eine Empfehlung sein, wenn man da in die Richtung gehen möchte. Ihr bekommt damit aber auch keine akkurate Darstellung. Also ihr habt schon Kontrastprobleme, wie ich schon erwähnt habe. Daher ist das eher zweitrangig zu bezeichnen. Ich würde es empfehlen, wenn man es nutzen möchte. Meine persönliche Empfehlung ist aber weiterhin, dass ihr wirklich eigene Einstellungen festlegt oder wenn ihr wollt, meine persönlichen Einstellungen einfach mal anschaut und dementsprechend da euch mal schaut, ob ihr das gegebenenfalls für euch anpassen könnt oder euch die Einstellungen so an sich gefallen. Ich bin auf jeden Fall durchaus positiv überrascht, dass der Kinomodus aus der heutigen Sicht durchaus zu gebrauchen ist. Wenn ihr jetzt einer dieser Modis hier ausgewählt habt, ist es natürlich klar, dass ihr dann zum Schluss keinerlei Bildeinstellungen mehr vornehmen könnt. Die Bildmodi-Auswahl als auch die erweiterten Einstellungen unter dem Bildmodi sind damit deaktiviert. Der EDIOLO TV übernimmt komplett die Kontrolle über das Bild und passt es auch entsprechend an nach Umgebungslicht, Beleuchtung und so weiter. Das heißt, da habt ihr sehr viel Korrekturen, die der TV vornimmt während der Bildwiedergabe. Das solltet ihr auf jeden Fall wissen, wenn ihr das hier mal so stehen habt und ihr wisst gar nicht, warum steht da jetzt OLED-Pflege, dann habt ihr jetzt hier in diesem Menü etwas aktiviert und müsst es dementsprechend auf ausstellen, sodass ihr dann wieder Einstellungen vornehmen könnt. Gut, das jetzt auf jeden Fall zu diesen Einstellungen der OLED- bzw. Einstellungen der Bildschirmpflege. Machen wir nun weiter mit dem nächsten Menüpunkt Selbstpflege des Geräts. Und hier habt ihr drei Menüpunkte wieder, Speicheroptimierung, Bildschirm-Selbstdiagnose und Ton-Selbstdiagnose. Fangen wir an mit der Speicheroptimierung. Wenn wir da reingehen, da habt ihr dann die Möglichkeit, wenn ihr zum Beispiel nicht genutzte Apps auf dem TV habt und ihr merkt das nicht und ihr habt keinen Speicher mehr, um da etwas zu installieren, könnt ihr das dann quasi hier aktivieren, sodass der TV nicht genutzte Apps löscht oder zum Beispiel temporäre Dateien entfernt. Das kann man durchaus machen, wenn der TV zum Beispiel etwas langsamer wird oder ihr, wie gesagt, keinen Platz mehr habt. Das dazu. Machen wir nun weiter mit dem Punkt Bildschirm-Selbstdiagnose. Das ist etwas, wenn ihr zum Beispiel glaubt, euer TV hat ein Problem mit dem Panel oder das Bild ist irgendwie nicht so, wie ihr es euch vorstellt und ihr denkt, dass der TV gegebenenfalls vielleicht einen Defekt hat, könnt ihr damit quasi Testbilder laufen lassen und der Fernseher analysiert das entsprechend, um dann festzustellen, ob gegebenenfalls ein Fehler vorliegt oder ihr dann dementsprechend einen Fehler sehen könnt. Das ist das, was ihr damit machen könnt mit dem Bildschirm und das Gleiche geht natürlich dann auch, sorry, geht natürlich dann auch an der Stelle mit dem Audio-Device, mit der Audio-Wiedergabe, der internen Lautsprecher. Könnt ihr dementsprechend auch testen, ob das jetzt an dem Lautsprecher an der Fernseher liegt, wenn da etwas knarzt oder knistert oder ob es die Quelle ist. Eine sehr schöne Sache, ist nur ein bisschen irritierend, warum das unter OLED-Pflege ist, aber gut, macht vielleicht Sinn, wenn man sagt, okay, es geht um die Wartung des TVs. Man könnte vielleicht das ganze Menü nicht durch OLED-Pflege nennen, sondern vielleicht auch OLED-Wartung. Könnte vielleicht auch ein bisschen besser klingen als OLED-Pflege. Gut, das zu dem Menüpunkt machen wir jetzt weiter mit dem letzten Menüpunkt und aus meiner Sicht dem wichtigeren. Dem wirklich wichtigen Menüpunkt und das ist OLED-Panel-Pflege. Wenn wir da reingehen, haben wir eigentlich nur wichtige Optionen, die wir jetzt hier durchgehen sollten. Und dann fangen wir an mit der Pixelreinigung. Das Thema Pixelreinigung habe ich hier auf meinem Kanal, ich glaube schon rölftausend Mal behandelt und erklärt, wie wichtig das ist, dieses Menü wirklich richtig zu interpretieren. Ich lese immer noch sehr, sehr häufig, dass User dieses Menü falsch verwenden. Ich habe dazu auch schon mal ein separates Video gemacht, wo ich sehr detailliert auf diese Pixelreinigung eingegangen bin. Ich verlinke euch das Video mal oben in der Infobox. Aber wir gehen das Thema natürlich jetzt hier in diesem Video auch noch mal kurz durch. Und da habt ihr jetzt hier technisch gesehen die Möglichkeit, den Pixelrefresher zu starten. Also wenn ihr jetzt eine Schattenbildung habt oder Image Retention oder entsprechend ein Burn-In, könnt ihr jetzt hiermit quasi versuchen, dieses Problem zu beheben. Da habt ihr zwei, drei Möglichkeiten. Als erstes Betriebnahme, sobald der TV sich abschaltet oder neu startet. Jetzt starten und Schnellprüfung. Und hier wird es jetzt wirklich gefährlich. Und zwar, wenn ihr jetzt die ersten beiden Menüpunkte ausweht, startet ihr den großen manuellen Refresher, welcher das Panel wirklich sehr radikal reinigt. Wenn ihr das zu oft ausführt, werdet ihr sehr schnell feststellen, dass euer OLED-Panel dadurch ein Brillanz- und Bildqualität verlieren kann. Da dieser Refresher wirklich sehr, sehr akribisch vorgeht. Und dementsprechend kann das Panel dadurch defekt werden. Das ist etwas sehr Wichtiges. Das solltet ihr wirklich nur ausführen, wenn ihr wirklich einen Burn-In habt. Das müsst ihr auch nicht manuell starten. Ihr müsst generell keine Pixelreinigung manuell starten. Das machen die AG-OLED-TVs alles von alleine, wenn ihr den Stecker drin lasst. Nach vier Stunden addierter Nutzungszeit. Das heißt nicht vier Stunden nutzen, ausschalten, sondern wirklich vier Stunden addierter Nutzungszeit. Ihr könnt den TV so lange nutzen, wie ihr wollt. Wird der TV sich irgendwann nach vier Stunden einfach intern merken, okay, wenn ich das nächste Mal abgeschaltet werde, muss ich in einen Refresh-Modus gehen, um die Pixel zu refreshen bzw. zu reinigen. Und das ist das Entscheidende. Und hier geht es darum, dass ihr wirklich nur den Stecker in der Steckdose lasst, sodass diese Automatismen laufen. Das hier ist nur etwas, wenn ihr wirklich mal ein Burn-In habt, welcher trotz des Steckers drin bleiben entstanden ist. Dann könnt ihr hier mit dem Jetzt-Starten-Button quasi diese manuelle Reinigung durchführen und dann sollte das Problem zum Großteil entfernt sein. Aber ihr habt hier auch noch die Möglichkeit Schnellprüfung. Schnellprüfung ist tatsächlich an dieser Stelle dieser kleine Pixel-Refresher, der nach vier Stunden addierter Nutzungszeit, wenn der TV sich merkt, okay, ich bin vier Stunden gelaufen, beim nächsten Abschalten muss ich das starten, könnt ihr das hier auch manuell starten. Zum Beispiel, wenn ihr ein Burn-In habt, würde ich euch empfehlen, das als erstes durchzuführen, bevor ihr den großen manuellen Refresher durchführt, denn der ist nicht so radikal und da könnt ihr erstmal gucken, ob das Problem vielleicht nur eine Image-Retention ist, was natürlich dann wesentlich leichter zu entfernen ist als ein wirklicher Burn-In und aus heutiger Sicht sind wirkliche Burn-Ins eigentlich relativ unwahrscheinlich. Das auf jeden Fall jetzt hier zu dieser Pixel-Reinigung. Auf keinen Fall müsst ihr hier irgendetwas manuell durchführen, das wäre fatal für das Panel auf langer Sicht, damit zerstört ihr euch nur die Brillanz des TVs. Wie gesagt, das hier ist eigentlich so ein Tabu-Menü, da müsst ihr nur rein, wenn es wirklich brennt. So, weiter geht es mit dem nächsten Punkt, Bewegung der Anzeige. Das ist das Pixel-Shifting, also dass das gesamte Bild sich immer so ein bisschen nach links, nach rechts bewegt und nach oben, nach unten. Das soll dazu führen, dass statische Bildinhalte sich immer ein bisschen bewegen, sodass sie keinen bleibenden Eindruck hinterlassen. Würde ich euch empfehlen, einzuschalten. Wenn euch das aber stört, dass zum Beispiel in einer Zeit lang an der rechten Bildkante oder an der linken Bildkante etwas breiter der Bildschirmrahmen ist, dann könnt ihr dies auch deaktivieren. Aus heutiger Sicht muss es nicht mehr zwingend laufen, wenn ihr den Stecker drin lasst. Und die automatischen Rückfascher laufen. Meine Empfehlung ist es aber trotzdem, es zu aktivieren, einfach um an der Stelle sicherzugehen. Dann geht es weiter mit der Einstellung der Helligkeit der Logo. Ich weiß gar nicht, habe ich da noch ein Bild gemacht? Und das ist so eine Sache, das ist auch aus heutiger Sicht immer noch kurios übersetzt. Hier kann man jetzt aus der deutschen Sicht sehen, okay, Einstellung der Helligkeit der Senderlogos niedrig bedeutet, okay, es wird nicht so stark gedämmt. Und dann kann man es noch auf hoch stellen, dann wird es stark gedämmt. Das ist aber inkorrekt. Wir wollen natürlich jetzt hier, dass die Helligkeit der Logos, und das ist wirklich so eine Wort-für-Wort-Übersetzung, niedrig ist. Sodass natürlich zum Beispiel ein Spielstand von einem Fußballspiel nicht so stark leuchtet und dementsprechend nicht die Chance hat, sich gegebenenfalls einzubrennen, wollen wir natürlich, dass das nicht so stark leuchtet. Und dementsprechend ist die Einstellung niedrig, also niedriges Leuchten, die korrekte Einstellung. Hoch wäre es so, dass das entsprechend heller leuchtet. Hier ist es so, hier gibt es tatsächlich immer wieder Diskussionen. Die einen sagen, okay, bei niedrig ist es tatsächlich so, dass das weniger leuchtet. Die anderen sagen, bei hoch ist es so, dass es niedriger leuchtet. Ich persönlich habe es festgestellt, dass die Einstellung niedrig hier tatsächlich diese statischen Inhalte wirklich stark abdunkelt. Müsst ihr mal beobachten, ihr könnt das auch mal ein bisschen selbst ausprobieren, zwischen niedrig und hoch. Schaut dabei ein Fußballspiel oder etwas mit einer statischen Anzeige und werdet feststellen, dass das sich dann entweder ein bisschen stärker abdunkelt oder weniger abdunkelt. Das ist auf jeden Fall etwas, was ihr einstellen solltet. Auf keinen Fall deaktivieren. Das wäre nicht so sonderlich förderlich, vor allem wenn ihr sehr lange Dinge schaut. Dann kann es wirklich sein, dass ihr da ein Burn-in provozieren könnt. Unter Umständen, das würde ich hier an der Stelle vielleicht doch eher aus der Sicht der Sicherheit machen. So, dann geht es weiter mit Empfehlungen zur Pflege. Das ist etwas, da analysiert der TV euer Sehverhalten und den Inhalt und passt entsprechend dort diese Modi von vorne, also die Einstellung der Bildschirmpflege, Komfortmodus, Kinomodus und Kinderpflegemodus, passt da entsprechend eure Sehgewohnheiten an und kann dementsprechend analysieren und feststellen, okay, das sollte ich vielleicht, da kann ich noch ein bisschen etwas optimieren, da kann ich etwas optimieren. Aus meiner Sicht hat das nicht sonderlich gut funktioniert und hat eher zur Konfusion der gesamten Bilddarstellung geführt. Daher empfehle ich das hier grundsätzlich zu deaktivieren. Aber das steckt da auf jeden Fall hinter. Ja, das ist jetzt auf jeden Fall das Menü oder das Untermenü OLED-Pflege der AG OLED-TVs und mir war es jetzt auf jeden Fall hier in diesem Video äußerst wichtig, euch einfach mal zu zeigen, was ihr da für Möglichkeiten habt und um zu schauen, ob diese Einstellung der Bildschirmpflege, Modi, dies was wir jetzt hier zuerst haben, wirklich eine Änderung gebracht hat im Vergleich zum Jahr 2021. Ja, und damit sind wir am Ende dieses Videos angekommen. In diesem Video haben wir uns den Menüpunkt OLED-Pflege der AG OLED-TVs nochmal aus dem Jahr 2023 angeschaut. Und ich muss ehrlich sagen, viel hat sich jetzt nicht verändert zu dem letzten Video aus dem Jahr 2021. Hat mich jetzt auch nicht, ehrlich gesagt, nicht so großartig verwundert, da es immer noch das gleiche Menü ist. Diese Bildschirmpflege, Bildmodi, Komfortmodus, Kindermodus und Kinomodus, das sind so drei Modi, wo ich sagen muss, die haben sich jetzt auch nicht groß verändert, wobei aus der Sicht des Jahres 2023, aus der Sicht meiner neuen persönlichen Bildeinstellungsvideos, ist der Kinomodus durchaus etwas, wo ich sage, es ist brauchbar. Man kann es nutzen, wenn man eine gefälligere Darstellung haben möchte mit einer Prise farbechterer Weißtemperaturdarstellung. Das ist etwas, was ich durchaus jetzt hier als Fazit ziehen kann. Dennoch ist meine Empfehlung weiterhin hier ganz klar zu sagen, dass ihr eher eigene Einstellungen für einen Filmmaker-Mode finden solltet oder vielleicht mal eine persönliche Bildeinstellung ausprobieren könnt. Die gehen nämlich in Richtung einer Normdarstellung oder vielleicht sogar eine professionelle Kalibierung durchführen lasst, mitgepaart mit einer Normdarstellung, wenn ihr wirklich das maximale Potenzial eures AG OLED-DVs ausnutzen wollt. Dazu ist natürlich die richtige Raumbeleuchtung Pflicht. Abgedunkelter Raum ist natürlich beim OLED-DV für das maximale Bilderlebnis auch absolute Pflicht. Dementsprechend ist aus meiner Sicht diese Bildschimpflege-Mode, die sind weiterhin eher mit Vorsicht zu genießen. Der Kinomodus ist brauchbar, aber meine Empfehlung ist immer noch eher, eigene Einstellungen für den Filmmaker-Mode zu treffen, wenn ihr wirklich eine genaue Darstellung haben wollt. Ansonsten ist es wirklich eine feine Sache. OLED-Pflege ist für mich von der Namensgebung her immer noch irritierend. OLED-Wartung würde hier vielleicht ein bisschen mehr Sinn machen. Ansonsten ist es schön, dass es hier wirklich ein Sammelsurium gibt, wo man die wichtigen Einstellungen für das OLED-Panel treffen kann und dementsprechend alles einmal einstellt, damit ist die Sache erledigt. Ja, dementsprechend sind wir jetzt, wie gesagt, am Ende dieses Videos angekommen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben und wenn ihr zukommt, solche Videos wie dieses hier nicht verpassen wollt, solltet ihr das kostenlose Abonnieren meines Kanals nicht vergessen, sowie das Aktivieren der Glocke. Ansonsten würde ich sagen, ich wünsche euch jetzt eine schöne OLED-Zeit und wir hören und sehen uns im nächsten Video wieder. Macht es gut!